ja und hier herzlich willkommen bei homeworld 2 und wir wieder im totalen krieg hier und diesmal kommen die hüter letzte mal wurde unser kumpel gefangen genommen die halbe flotte geschrottet mehrere als die hälfte und ja die situation ist suboptimal ja zerstörerpanzer auf jeden fall die letzte schlacht hat uns gezeigt wir haben arzt ab dem oben lehnen resource collector awaiting orders ion frigate under attack engaging target blocker team nee ich glaube das ist interessant das neu ist die panzerung von ihm ist hab ich gestorben EXPLICING LIGHT ENEMY FIRE UPGRADE COMPLETE I'm taking hits here Ready Pursuing targets Standing by Understood LIGHT FIRE CONFIRMED Diese Dinger halten durch Elend viel aus UPGRADE COMPLETE RECORDING DESTERNED DESTROYER COMPLETE WE CANNOT SUPPORT ANY FURTHER UNIONS Ja, ich weiß nicht, ich störe für jede weitere Zerstörer. Und das wird schon noch etwas getroffen. Ach so, ich verstehe. Einfach gesporen. Diese Kirne gehen mir langsam echt auf den Sack. Ständig springen weg, wenn sie kurz am Ende sind. Aber die Halbwaffe ist eh nicht genau. Oh, die haben mehr Haltbarkeit als ein Schlachtschuss. Das hat deutlich weniger Schaden, aber die, äh, ja. Der wird seinem scheiß Razorträumen verdammt. Ich habe mich vorgetan, ein bisschen Ruhe zu organisieren. Ich habe mich vorgetan. Orientieren. So, äh. Die Jäger sagt, man kann nachher verwehrt. Und nachher verwehrt. So, die werden wieder die 6 bilden. Und da sind sie da. Ich. Äh, jetzt gehe ich dir nicht ins Target. Ich habe den Klass, habe ich nicht. Ich habe die Gedanke 5 volle Feuer. Äh, war, äh, jetzt brauchen wir mal wieder ein paar Ionen. Hier ist der, den wir rein. Äh, der, wo ich die mutiere ich noch. Ich bin teilweise so, äh, äh. So, du kannst jetzt mal Ionen aufzubauen. Und der Träger soll... Jäger, oh, Jäger passt, hätte ich nicht erwartet. Sonst sieht eigentlich alles ganz gut aus, aber dann ist es halt offen. Ich muss sich, finde ich, sehr fertig. Äh, ich verstehe, ich kann nicht mehr. Äh, ich kann nicht mehr. Äh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht weitergefunden. Naja, nicht die Katatrophe, aber auch nicht die Beweger... Leiden wir nicht dahin. Wir werden ihn schützen. Äh, die 4, ich kriege ihn noch dazu. Copy. Group 4. Reinforcet. Dockordner confirmed. Moving to destination. Confirmed. Attack clearance received. Acknowledged. Attack coordinates locked in. Group 5 reporting. Attack vector laid in, moving to intercept, ready. Group 4 copies. Intercept course punched in. Gali Gala, Corvette Squadron under attack. Iron cannon frigate, complete. Destroying heavy fire. Destroyer, complete. Group 8 reports enemy contact. A keeper has vanished. Sensors indicate there was a major energy distortion in the vessel before it disappeared. There are no signs of debris. So, now we're going to hold the ball. I think it's... I think it's going to be a crisis. The keepers have simply disappeared. No known cloaking field signature was detected. Group 1. Okay, that is in Ordnung. Group 4 standing by. Group 6 copy. Ignorance. Yeah, in Ordnung is it not, but... Iron cannon frigate, complete. Standing by. Group 5 copies. On our way. Group 6 reinforced. En route. Reporting. En route. Copy. Under way. Destination locked in. Oh, I just see a bigger plane. Ready. How can I do that again? Assembly underway. Instruction underway. As you can see, I don't see the power. Again? Yeah. What are we doing now? The Ventussi are here. Die Ventussi. Unsere guten Freunde. Mit ihrem neuen, etwas längeren Schiff. Aber kommt immer sehr nah ans erste ran. Vom Design her. Aber sie haben die auch weiterentwickelt. Selbst wenn es das letzte Schiff der Ventussi ist. Oder Ventussi. Wie auch immer. Ich nenne es einfach mal Ventussi. We see you have acquired a progenitor Dreadmont. This is the most powerful weapon. Bring it to us. And we will repair the great cannon. Ja. Sofort. 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 Und we, ihr verarscht mich. Die Frage, die ich mir jetzt aber eher stelle. Nicht, dass sie mich verarschen. Das ist mir jetzt, höflich gesagt, recht egal. Ja. Wieso können die Ventussi das Ding reparieren? Äh dass die Ventussi mächtig sind. Das haben wir seitdem erfahren. dass sie ähhh ähhh äh ähh ähhhhennen äußerst bildet sind. Das haben wir auch erfahren. Aber wer steckt hinter der Ventussi? Der Westen Flachser ist sehr gut Ich muss sagen, die Karten hier bei Homeward sind jedes Mal wunderschön Wenn man sich das mal anguckt, in der Zeit, in der wir es gerade mal haben Alles wird eingerichtet, so haben wir keine Aufklärung mehr Aber naja, das machen wir es sollten nutzen Es sind wunderschöne Karten Also diese Grafiküberarbeitung hat schon echt was gebracht Aber genauso auch die Schiffe Wenn man sich das Ventussi-Schiff mal genau anguckt, sieht das nicht überall Das sieht schon echt bombengeil aus Das ist die höfliche Variante Aber wenn ich so mal von oben auf das Ventussi-Schiff schaue Sie ist jetzt unwahrscheinlich ähnlich diesem Schiff von den Bewegern da Ich habe jetzt den Namen vergessen, verdammt Verdammt so alt Diesen heiligen Heinis Zumindest für uns heiligen Oder mächtigen Heinis, ja Na, warum haben wir wieder das dumme Gefühl, dass wir in Tussis das Schiff mitnehmen Oder das Schiff mitnehmen Und dass die Ventussis diese Seen, Wanne, Seggis, Saris, irgendwo hießen die ja auch mit S Resource Collector, Awaiting Orders Copy Die haben wir doch schon, sei juck Oder heißt die Welt sei juck Keine Ahnung Keine Ahnung Aber auf jeden Fall Docken wir gerade bei einem Ventussi an Die Ventussi kann reparieren Dreadnought Cannon Die Ventussi kann man mitnehmen Sie sind nachher Kommen Moving to Destination. Group 5 copies. Group 6 standing by. Confirmed. Hmm, Abwehrschirm. Das ist nur noch Faktis. Da habe ich nur nicht vergessen anzumachen. So wie ich mich kenne, vergesse ich sowas mal. Und nur einen kleinen Turm als Torrent, aber es sieht auch nicht schlecht aus, wenn man sagen, so von Fortal. Hat auch was das Schiff. Group 5 reinforced. Wir haben die Ventus jetzt gerade unser Schiff. Ja, bei mir kommen die Steam-Leute immer wieder online, offline spielen. Ach, ist doch schön. Einmal schießen mit dem Hauptgeschütz und schon mal bei uns alles im Eimer. Das machen wir zwar ganz, das kann doch noch in die Hose sein. Jetzt kannst du noch ganz bitter in die Hose gehen. Es wäre so schön, um Worte zu sein. Wir geben uns eine überwächtige Mega-Waffe gegen diesen sehr, sehr starken oder sehr, sehr großen Feind. Weil, wenn wir anrufen, zahlentechnisch ist er ja hauptsächlich überlegen. Das ist ja der Vorteil, dass wir diese extreme zahlentechnische Überlegenheit haben. Gruppe 4 designiert. Acknowledged. Gruppe 5 designiert. So, Gruppe 1 Jäger, Gruppe 3 Kleiner, Mittlerer, Große und 8 sind die Beweger. Da kann ich auch noch welche bauen. Fällt mir gerade so ein. Wo war das? Da war das. Wir waren noch zwei Minuten rund. 2,3 sind ganz genau zu sein. Aber wir sind ja nicht genau. So. Haben wir auch ein bisschen Zeit, um die Jäger genauer anzuschauen. Also in dem Bild ist ja schon echt drin, wenn man sich so die Lichtbrechung anguckt, die die Jäger produzieren. Das sieht schon sehr, sehr stark. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das nach dem Rennen noch so schön seht, wie ich es gerade sehe. Aber man sieht hier schön die Streifen vom Schatten, den die Jäger werfen im Hintergrund zu einem Stern. Und sieht auch sehr, sehr gut aus. Also jetzt muss ich sagen, die Schiffe von denen sehen sehr, sehr stylisch aus. Wenn sie noch Verluste hochrennen sind. Aber wir haben wenigstens gute Rohstoffmengen auf Halde, dass wir uns größere Schlachten leisten können. Was im Zuge hier noch momentan uns den Arsch öfter rettet. Mover, complete. Flak Frigate, complete. Mover, complete. Unable to build. We cannot support more units. Copy. Roger. Group 4, reinforced. Group 4, standing by. Ein paar Flak Frigate. Acknowledged. Aber ist die Mover fertig? Ja, die Mover fertig. Flak Frigate können wir noch bauen. Wir haben noch zwei Stück. Wir haben noch zwei Stück. Wir sind nicht schlecht. Zwei Stück mehr. Das ist auf jeden Fall eine gute Zahl. Äh, die Achtung. Resource collector, awaiting instructions. Dann die Mover mit dort sind. Alle, samt. Flak Frigate, complete. Group 5, reporting. Nur zur Sicherheit, natürlich. Group 1, standing by. En route. Mothership. Nähern wir uns mal dem Ganzen. Mothership, underway. Reporting. Reporting. Äh, die 3 war da. Group 3, reporting. Green Line confirmed. Destination locked in. Destination locked in. New heading set. Fine. Nur zur Sicherheit. Wie diese Leute sich denn... Copy. Alles nur zu meiner Sicherheit. Das hat dazu gesagt. hehehe! We have repaired the Great Cannon. You will find, it requires time to recharge, after it has been fired. Ah, okay. Also, es hat einen Feuerkuhl dort. So, Gruppe 5 ist jetzt auch wieder komplett, das heißt wir können in den nächsten Krieg, wir haben wieder Flotten, wir haben wieder Ionen, Rakete, alles was man so will. Flak, Flak, Raketen, Flak, Ionen, habe ich gerade keine Raketen mehr, da bin ich dämlich. Ein paar, vier Stück da reichen, da auch fünf, fünf Stück aber, plus die ganzen Ionen-Fregatten, die nochmal mehr Schaden anrichten. Ja, damit kann man arbeiten. Und da haben wir auch unser Großkampfschiff jetzt endlich einsatzbereit. Ja, dann werden wir mal sehen, was jetzt noch so passiert, es kann ja nur schlimmer werden. Könnt ihr mein Mutterschiff vielleicht so eine Waffe verpassen, am Rande, die Frage? Nein? Schade. Wäre doch schön gewesen. Ein Mutterschiff mit riesiger, dicken, bösen Bum-Bum-Waffe. Die Frage ist, wo sind diese Hainis? Ah, es geht weiter, okay, ich dachte schon. Wir müssen die Ventussis schützen um jeden Preis. Ja, das stimmt. Gut, du sollst dich bitte um den da kümmern. Äh, hol vier. Von all weapons on target, group 5, copy. Ich habe die Kaffee, ich habe die Kaffee, ich habe die Kaffee, ich habe die Kaffee, äh. Die Kaffee, ich habe auch die Kaffee Ja, fuck off, was war denn das für ein Schlag? Also die Hauptwaffe vor dem Schiff gefällt mir und zwar richtig gut. Geil, da kam dann nur der große Strahl und weg war alles in der Qual. Ich bleib bei dem Ventusi und mich auf wirkliche Schutz sorgen. Feinschiffene Anflug. Interceptor Squadron unter attack. Die Keepers cannot install. Shield Power depleted. Recharging. Attack clear. Ich bekomme immer mehr als auf der Einstellung. Dahinter mir auch eine Achtung. Die gesamte Flotte sollte ich auf das konzentrieren und mein Hauptschiff soll weiter feuern. Ja, mein Schlachtschiff soll weiter das Feuer aufrecht erhalten. Ja, aber da ich frech und gemein bin, sage ich an dieser Stelle, Cheerio, euer Oro hier bei Homeworld Remastered 2 und wir werden sehen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Tschüss!